In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du ganz einfach Farben mischen kannst. Hi, wie versprochen möchte ich dir in diesem Video kurz zeigen, wie du mit nur drei Grundfarben verschiedenste Farben mischen kannst und das Ganze möglichst praktisch mit wenig Theorie. Lass uns also direkt anfangen. Falls du neu auf meinem Kanal bist, ich bin Simon Gilmeister, ich bin professioneller Künstler und Unternehmer. Ich mache unter anderem solche realistischen Porträts mit Öl oder Bleistiften und Kohlestiften. Wenn dich das Thema Kreativität interessiert und wenn du auch an einem kreativen, freien Lebensstil interessiert bist, gib mir jetzt einfach ein Abo und mach die Glocke an, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Fangen wir direkt an. Ich habe hier auf meine Palette drei Grundfarben aufgebracht. Mit diesen Farben kann man theoretisch alle Farben mischen, die es gibt. Auf die genauen Einzelheiten gehe ich gleich nochmal ein. Also die meisten haben ziemlich viel Angst vorm Farbemischen, wenn sie anfangen mit Ölfarben, Acrylfarben, Aquarell oder sonst was zu malen. Aber wenn man dann anfängt und einfach mal rumprobiert und vielleicht ein paar kleine Tricks gezeigt bekommt, merkt man, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. Jetzt fangen wir mal an. Ich frage dich jetzt einfach mal, du hast hier rot und gelb. Was passiert, wenn ich die zwei Farben hier jetzt in der Mitte zusammen mische? Richtig, da kommt ein Orange raus, das zeige ich dir kurz. Ich nehme hier immer noch so einen Zeweil dazu, damit ich mein Malermesser säubern kann. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein bisschen Rot, bringe das hier auf. Es ist auch immer ideal, das mit einem Malermesser zu machen, weil wenn du das mit einem Pinsel machst und danach damit malst, wird es immer passieren, dass du wieder noch irgendwelche anderen Farben in deinen Pinseln drin hast und dann das wieder in deine Mischung reinbringst. Wenn du also wirklich schöne, saubere Mischungen haben willst, geh im Idealfall immer mit einem schön sauberen Malermesser in deine Grundfarbe wieder rein und misch dann zwischendrin die Farbe, die du möchtest. Und du siehst schon, hier kommt jetzt ein orangener Ton raus. Ich bringe aber noch ein bisschen mehr Gelb ein, weil ich den noch etwas oranger haben möchte. So einfach geht es also. Du siehst hier, wir haben jetzt einen orangenen Ton, der liegt jetzt irgendwo zwischen dem Gelb und dem Rot. Was kannst du jetzt noch machen? Du hast jetzt also deinen Ton gemischt und wie ich schon gesagt habe am Anfang, du bist bestimmt darauf gekommen, dass du hier eine Orange bekommst. Du kannst jetzt aber natürlich sagen, dieses Orange ist mir zu rötlich. Ich will das Orange einfach etwas gelber haben, das ist mehr so eine gelbe Blüte oder irgendwas. Oder es ist vielleicht nach links ein dunklerer Sonnenuntergang. Und dann kannst du dich jetzt entscheiden. Okay, wie gesagt, ich mache immer mein Malermesser wieder sauber, weil ich hier sehr genaue Mischungen brauche, wo ich ganz genau treffen möchte, was ich habe. Aber hier nimmst du jetzt zum Beispiel einfach etwas von dem Orange weg. Ich bringe das jetzt mal hier hin. Jetzt hast du hier dein Orange wie davor auch. Aber du bringst noch mehr Gelb ein. Und schon wird das Ganze noch Orangener. So kannst du das also immer weiter spielen in beide Richtungen. Ich mache es auch nochmal in die andere zur Sicherheit. Also ich nehme was von dieser Farbe wieder. Ich müsste das jetzt auch nicht abtrennen. Ich zeige es auch mal, ich kann jetzt einfach hier so rüber gehen und könnte mein Orange jetzt hier nach links mischen. So mache ich das sogar immer, wenn ich Hautfarben und so weiter mische. Und nehme dann trotzdem hier etwas von dem Rot noch rein und bringe das hier ein. Und kann immer weiter nach links zum Rot gehen. Du siehst also, so kannst du schon mal hier komplett abdecken von Orange nach Rot. Und auch, ich nehme jetzt hier wieder ein bisschen Gelb raus, von diesem Orange nach links, beziehungsweise hier nach rechts jetzt, immer weiter bis zum absoluten Gelb. Und so bekommst du schon mal den ersten Bogen von deinem Farbkreis. Wenn ich dich jetzt wieder frage, was passiert jetzt, wenn ich dieses pure Gelb mit meinem Blau mische. Da werden vielleicht manche sich schon kurz überlegen müssen, aber ich denke, die meisten kommen auch noch drauf. Da kommt ein Grünton raus. Ich nehme jetzt mal ein kleines bisschen weniger. Bringe das hier in der Mitte auf. Und mein Ziel ist es jetzt nicht, hier einen perfekten Kreis hinzubekommen, sondern einfach dir zu zeigen, wie du das Ganze machen kannst. Also, ich habe hier Blau. Jetzt gehe ich mit Gelb rein. Und siehe da, es wird grün. In dem Fall ist es jetzt schon etwas mehr in die Richtung von dem Gelb. Es wird schon sehr hell. Und wenn ich jetzt sage, okay, das ist nicht die Farbe, die ich haben möchte, sondern ich will mehr ins Bläuliche gehen, also ich will mehr ein stärkeres Grün. Dann gehe ich mehr in mein Blau rein. Und so kannst du dieses Grün jetzt, je nachdem wie du willst, mehr zum grünlichen, beziehungsweise gelben meine ich, oder mehr zum bläulichen ziehen. Und umso mehr du es zum bläulichen ziehst, umso mehr froschmäßiger wird es, wenn es so ein dunkler Frosch ist, der so eine bläuliche, grünliche Farbe hat. Und wie gesagt, wo da jetzt die Mitte liegt, ist schwer zu sagen. Ich habe jetzt ein Grün. Und jetzt kann ich natürlich immer sagen, wie gesagt, ich will mit meinem Grün weiter in Richtung Gelb gehen. Dann hole ich mir einfach ein bisschen was von dem Gelb raus und mache hier dann den Übergang nach links. Und so kann ich wunderbar hier schön das mischen und kann je nachdem die Farbe hinzugeben, die ich möchte. Und dann wird mein Grün gelblicher oder mein Grün wird bläulicher. Du siehst also, es ist sehr, sehr einfach. Ich zeige dir auch nochmal die letzte Ecke. Was passiert, wenn man blau, ähm, rot natürlich, rot mit blau mischt. Ich nehme mir hier das rot hinaus, bringe wieder etwas hier zwischen diese Töne irgendwo auf. Ich mache mein Messer wieder sauber und gehe in die blau rein. Und vermische das Ganze. Hier ist jetzt der Fall, dass das Cadmium Rot ist extrem stark. Da braucht man schon etwas mehr blau. Da siehst du also jetzt das Erste, was du mit deiner Erfahrung zum Beispiel lernen kannst. Je nachdem, welche Farben du hier verwendest, umso unterschiedlicher wird es sich verhalten. Darauf werde ich gleich nochmal zurückkommen. Aber hier siehst du jetzt schon, okay, du sammelst die Erfahrung, dass ein Cadmium Rot extrem stark ist. Und dass dieses Blaupigment, wo ich hier jetzt gerade verwende, das tue ich übrigens unten alles verlinken, nicht so stark ist wie dieses Cadmium Rot. Und schon gehst du hier in einen lilanen, fast ein bisschen bräunlich, hier jetzt schon Ton rein. Und je nachdem, welche Farbe du hier links und rechts nimmst, wird dieser Ton, der sich in der Mitte ergibt, etwas unterschiedlicher. Und hier geht es dann genauso weiter. Du kannst blau nehmen und kannst es jetzt immer weiter rüber ins bläuliche, lilane und so weiter mischen. So, umso weiter man jetzt zum Blauen geht, umso mehr dunkellila wird das Ganze. Und zur Helligkeit kommen wir gleich noch. Weil jetzt sagst du vielleicht, okay, jetzt habe ich ja schon mal hier Blau, Lila, Gelb, Grün. Aber wie kriege ich das Ganze jetzt heller? Und das erkläre ich dir jetzt gleich. Ich mache diesen Kreis hier noch kurz fertig. Und dann erkläre ich dir die Helligkeiten. Da gibt es nämlich einige sehr, sehr wichtige Sachen zu beachten. Okay. So, du hast hier also einmal den Farbreis gemalt. Und wie gesagt, hier im Idealfall immer Farben nehmen, wie zum Beispiel dieses Cadmium Gelb. Das bedeutet, da ist nur ein Pigment drin. Das siehst du immer sehr gut auf der Rückseite. Ich lege mal kurz mein Tuch hier weg. Hier steht PY35. Das bedeutet, das ist nur aus einem einzigen Pigment. Und das ist eine sehr wichtige Information, die du dir merken musst, weil es gibt andere Farben, die jetzt kein Cadmium Gelb oder Cadmium Rot sind, die bestehen aus mehreren Elementen. Da kann jetzt zum Beispiel ein Grün sein, das ein bisschen mehr Braun schon mit drin hat. Und wenn du das dann hier hast, dann zieht das beim Mischen immer mehr noch ein bisschen in die braune Richtung oder eben was da für Pigmente drin sind. Deshalb, wie gesagt, wenn du es so mischen willst, schau, dass du Farben nimmst, die nur ein Pigment haben. Und bei diesem Gelb-Rot kannst du zum Beispiel ideal Cadmium verwenden. Kommen wir nun zu den Farben, wie ich die aufhellen kann oder abdunkeln kann. Da gibt es nämlich jetzt sehr wichtige Sachen zu beachten. Erstmal wieder mit logischem Denken, wie jeder sagen würde, okay, wie bekomme ich jetzt mein Gelb hier, ich ziehe es mir jetzt mal raus, dass ich es noch ein bisschen schöner mischen kann. Wie kriege ich das jetzt dunkler? Also mein Gelb-Orange hier, die Farbe, die ich habe, die möchte ich jetzt dunkler haben. Weil es auf meinem Bild relativ dunkel ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja ist doch ganz klar, wir nehmen da ein bisschen Schwarz. Ich zeige das dir jetzt auch, ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist die andere Frage. Es gibt prinzipiell erstmal kein richtig und falsch, es hängt davon ab, was du für ein Ziel haben möchtest. Und jetzt bringe ich hier dieses Schwarz seitlich auf. Du siehst, ja, dieser Ton wird auf jeden Fall dunkler. Ich kann das Ganze noch weiterspielen. Irgendwann wird er dann sozusagen komplett schwarz und du hast jetzt hier schon auch ein dunkles Grün. Was ist jetzt aber in Anführungszeichen das Problem dabei? Also es muss kein Problem sein, aber du hast jetzt hier einen sehr desaturierten Ton. Was bedeutet desaturiert? Desaturiert heißt, die Farbe ist nicht mehr so leuchtend, die wird grauer. Und an manchen Gemälden willst du diese Farbe haben. Da ist es also ideal. Du sagst, du hast so ein richtiges, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ein Pullover, der jetzt nicht leuchtend grün ist, sondern eben so ein bisschen desaturiert grün, ein bisschen matter. Dann kannst du mit dem Schwarz sehr gut den dunkler machen und auch desaturieren zu dem Punkt, wo du es haben möchtest. Wenn du das jetzt aber nicht möchtest und möchtest, dass deine Farbe leuchtend bleibt, dann kannst du zum Beispiel einen anderen Ton nehmen, also eine andere Farbe, nicht weiß oder schwarz, die dunkler ist und in dem Feld liegt, wo du jetzt sein möchtest. Beispielsweise jetzt das dunklere Rot, dann wird es natürlich auch wieder Rot. Genau, dann ist es jetzt auch dunkler geworden, aber ein bisschen rötlicher. Wie könnte ich jetzt diese Röte da rausbringen? Da kommt der nächste Punkt. Immer was gegenüber von dem Farbkreis liegt, also hier ist Rot, eine Mischung ist mir zu Rot, dann nehme ich ein ganz kleines bisschen Blau oder Lila zum Beispiel, also was dann halt woanders liegt und das nimmt dann eben diesen Ton wieder raus. Siehst, es ist nicht mehr so Rot. Jetzt ist es wirklich dunkleres Gelb und auch noch relativ gut saturiert. Wenn du natürlich von der anderen Seite sehr viel reinmachst, dann kommst du auch irgendwann mal an den Bereich, dass es wieder grau wird. Und deshalb gibt es da, es gibt da schon fast Streit, kann man sagen. Es gibt Leute, die sagen, ich mische niemals schwarz und die nehmen dann immer ein Indigo-Blau, das richtig, richtig dunkel ist. Es gibt aber andere Künstler, wie zum Beispiel dieser Ari Sabalo, bei dem war ich hier auf dem Workshop und habe mit ihm das Bild gemalt und da ist schwarz mit benutzt. Und das ist ein super perfekter Künstler, der so fotorealistisch malt, dass man es kaum glauben kann und er verwendet schwarz und weiß. Andere Künstler sagen, nein, niemals benutze ich schwarz. Es ist also auch wirklich zu sagen, dass jeder Künstler so ein bisschen seine Vorlieben hat, aber was Fakt ist, schwarz und weiß desaturieren deine Farbe, aber manchmal willst du es vielleicht. Okay, das ist schon mal das Wichtigste hier. Damit kannst du eigentlich schon mal ganz locker das Malen anfangen, deine ersten Kunstwerke malen, weil du kannst die Farben abbilden, du kannst die Helligkeit abbilden. Wenn du was auffällen willst, kannst du weiß nehmen, dann wird es desaturiert oder du nimmst zum Beispiel, um das Rot aufzuhellen, ein Gelb und passt dann durch die Töne, die du außenrum hast, falls es dir jetzt zu gelblich wird, wieder an und tust es in eine der Farben ziehen. Das Ganze möchte ich dir noch einmal ganz kurz zeigen. Zum Beispiel hier, du hast einen roten Ton und den hast du dir jetzt auf deine Palette gemischt und jetzt sagst du, okay, ich will den aber ein bisschen gelber haben, ein bisschen grünlicher, dann holst du dir hier einfach wieder ein bisschen von der Farbe raus und misch die rein. Dann schaust du dir das an, okay, passt das jetzt zu meinem Bild, hier passt das jetzt natürlich nicht. Dann sagst du, nein, es ist mir, da ist ein leichter Blaustich drin. Dann gehst du hier in deinen blauen Bereich rein oder in deinen lilanen und nimmst da ein bisschen was rein. Und so kannst du dir erstmal nahezu alle Farben mischen, die du möchtest. Was ist aber sehr, sehr wichtig? Du hast da bestimmt schon oft gesehen, dass sehr viele richtig berühmte Künstler, die malen nicht mit drei Farben, sondern die haben eine Palette und da hat jeder Künstler auch wieder seine Vorlieben, sag ich mal, acht oder zehn Farben, je nach Künstler. Und die mischen dann mit den Farben. Mache ich auch so. Warum macht man das? Einmal mit diesem Farbkreis kannst du zwar sehr, sehr viele Farben mischen und du kannst auch schon wirkliche Kunstwerke damit malen, aber es gibt einige Farben, die sind so richtig leuchtend. Ein Ton davon ist zum Beispiel Aliserin. Ich blende den hier mal kurz ein. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Ton, der ist so richtig wie eine Rose, leicht schimmernd und den kriegt man einfach schwer gemischt. Und da ist man sehr gut damit bedient, wenn man den einfach auf der Palette hat. Das ist dann ein reines Pigment. Und reine Pigmente sind halt immer leuchtkräftiger, als das jetzt Ganze zusammen zu mischen. Von daher ist es also Quatsch, wenn dir irgendjemand erzählt, was übrigens auch schon mal jemand unter meinen YouTube-Videos geschrieben hat, hey, du kannst ja nicht malen, du nimmst mehr als drei Farben. Das ist absoluter Quatsch. Jeder fortgeschrittene Profikünstler nimmt eigentlich mehr als drei Farben. Es gibt vielleicht Ausnahmen, die sagen, ich mache das lieber so. Aber in der Regel hat man eine Palette. Erstens ist man schneller dahin, wo man hinkommen will, muss nicht viel mischen. Zweitens, umso mehr man mischt, umso größer ist die Gefahr, dass es grau wird und dann nicht mehr so leuchtkräftig. Drittens, es gibt Farben, die hast du direkt als Pigment und die wirst du niemals so stark so anmischen können, wie es direkt aus der Tube als Pigment rauskommt. Okay, soviel zu den Grundlagen. In den nächsten Videos werde ich nochmal deutlich tiefer in dieses Thema eintauchen. Ich werde mal zeigen, wie man so perfekte Haut mischt, was für Töne ich da verwende, wie meine Palette eigentlich ausschaut, die ich wirklich für so realistische Kunstwerke verwende. Ich werde dir zeigen, wie du Haut malst, ich werde dir zeigen, wie du Haare malst und alles immer, wie du es genau mischt. Wenn dich das Ganze alles interessiert, würde ich mich super auf ein Like von dir freuen, auf ein Abo und wenn du die Glocke anmachst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank.